Ich meine hier, ich habe vorhin im Shop geguckt, jetzt habe ich nicht eine kleine Line, sondern eine große. Jetzt. Egal, alles klar. Der macht einfach gar nichts, was ein Auto. Der ist auch geil. Right. 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 Slash. All. Shift. Enter. F.T.W. Meine Klinge gehört euch. Mein Tanz ist voll behindert, finde ich. Mach mal deinen Tanz. Weiß ich überhaupt noch, wie das geht? Äh, so. Warte mal, ich gucke auf den Weg. Der hier im Mindance. Ey, der ist korrekt. Aber Meider sieht voll behindert aus. Was machst du denn da, Alter? Gut, gut, gut. Aufnahme, es läuft übrigens wieder, ne? Das ist eine Französische. Boah, ich bin dann, ne? Ich sage nur One Night in Paris, ne? Titel und so, ey. Das ist hard, ich da echt. Geht gar nichts. Guck mal, siehst du? Hat doch geklappt. Guck mal, sind doch botten gegangen, so wie ich es haben wollte. Ja, Timo kannst auch als Supporter spielen, aber ihr, einen von uns als Supporter, ist ein bisschen behindert. Nö, aber guck mal, ich hab top gesagt und guck, wo er jetzt steht. Da, wo er sehen sollte. Ja. Ja, schatzegal, Alter. Das kommt auf deinen Channel oder was? Aber da ist Urgott. Klar, das... Ja, wenn, wenn nicht... Oh, hier. Steht einer drin, in dem Busch. Ich weiß. Boah, was sind das so für Viecher, ey? Boah, wie sieht er denn aus, ey? Kannst du deinen ranschringen wohl gleich nachher? Was passiert? Oh. Ne, ich will nicht fast platt sein. Nein! Hilfe! What the fuck? Wir hauen an Damage raus, ne? LOL! Aber der eine, der ist fast platt, ey. What the fuck? Jetzt kommt euch wieder great. Oh, heu doch nicht. Oh, mein Blutner wurde getötet. Ich zeige euch den Blutner, der Wünder, der Wünder, der töte. Nein! Komm schon, der taugt sich doch. Oh, verdammt. Okay, wir hätten uns doch nicht für die Topline entscheiden sollen. Das Schicksal meint heute nicht gut mit uns. Es ist mir echt Wumpe. Das schaffen wir noch. Wer hat hinterher so OP. Ja. Der Typ ist Lowlife, ne? Der ist da irgendwo. Ja, ja. Wir müssen einfach zusammenspielen und dann passt das schon. Genau, so wie vorhin so ungefähr, ne? Nein, Edge was Missed. Hey, toll. Mal gucken, ich nehme gleich mal meinen AD an. Ähm, wenn ich auf Level 2 bin. Ich habe nichts gekauft für AD da. Wir müssen immer auf den Typ zuerst drauf gehen, weil der weniger ausläft. Mhm, okay. Jetzt muss er rankommen. Warte noch nicht, lass mich erst Level Up werden. Mhm. Ach, der Wichser geht immer auf mich drauf. Ah, ist mir doch egal, wenn er halt ein Ding steals, ist es egal. Boah, der... Aber reinhauen tut der ganz gut dafür. Das muss man ihm lassen. Komm hier rein. Ne, ich lock den jetzt an, pass auf. Ich lock den jetzt an. Obwohl, weil... Ich bin immer noch auf Level 2. 1. Sollt WTF? Wieso das denn? Keine Ahnung. Alter, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, egal. Scheiß drauf, er ist down. Ey, das ist so egal. Gegnerische Doppeltötung. Scheiß drauf, ist down. Echt, überhaupt sei erst tot. Wieso haben die da eigentlich nur einen? Irgendwie ist in der Mitte kein Gegner, lol. Was haben die denn für einen Lack, Alter? In der Mitte ist kein Gegner. ETF. Guck mal, wie der von den Minions gehittet wird. Guck dir das an. Ey, warum haben wir eigentlich... Weißt du, wie haben wir das Glück? Wir haben direkt zwei... Ja, dann haben wir überhaupt keinen... Ach, der hat einen, der ist ja der eigentlich in der Mitte. Ach doch, da ist der andere auch aufgetaucht. Alles ja, der ist ja erledigt. Wir müssen zuerst immer auf den einen... Ja, aber wenn wir das Biest hier gleich kriegen, wäre das auch nice, wenn es hier steht. Weil ich soll sogar ein bisschen Tower Scramming machen. Einfach hier in der Tower stehen und dann... Ich will gucken hier... Oh, ich will den haben. Warte, aber Damage, ne? NP und so. Ja, der wird im Bus stehen. Der wird 100% im Bus stehen. Ja, weil seine... Weißt du, was dumm ist? Wir haben jetzt beide Nahkämpfer. Ich habe aber auch Fairkampf Spades und du auch. Da steht er doch schon, da steht er schon. Pass auf, da steht er schon. Da kommt der Dicke. Wir müssen zuerst auf den dicken Fetten drauf, weil der am meisten Schaden draufhaut. Der ist ein Gegner. Dein Gegner wurde gekündigt. Warte... Jaaa... Guck dich das an? Die hauen nicht weg, ne? Alter, komm, den kriegst du, den kriegst du, komm schon, mach einmal dann dranspringen Nein, gib ihm doch, wo bist du denn? Ich bin doch tot Du bist tot? Hier jetzt hinten oben, ich mach die beide Platte Ich krieg jetzt einen Doppelkill hin, guck's dir an Echt mal halt schnauert Meinst du, unser Tau überlebt das? Nein Okay, ich sollte vielleicht doch auf dich warten Aber die machen wir platt Ja, okay, pass auf Ich logge sie jetzt, dann müssten sie eigentlich irgendwann zurückgehen Dann stehst du ja gut da hinten Sind die, Mann Die sind irgendwie weg Ja, die sind hier hinten, bei mir Sind die im Busch irgendwo, oder was? Weg Ich bin nicht mehr da Wo bist du schon auf Level 5? SS Wir sind unten bei uns, bei den anderen Egal, hat die Mitte verdient Wenn der schreibt Ja, ich glaub, der hat gerade Die gehen alle runter Die sind im Busch Ja, irgendwo sind die hier Wir rushen hier einfach mal schnell durch Wenn schneller wir durchkommen, so besser Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da ist er Hab ich ihn noch gekriegt? Ich hab ihn noch gekriegt Die sind da unten irgendwo im Busch Die sind da unten Die sind da unten Die sind da unten Nice! Naja, ich sollte mich wegteleportieren Mitte, du den Tower Schau mal so ein bisschen an Wir schlagen jetzt Oh, jetzt kommt der OP hier Der ist viel zu krass, ne? Speed-Modus! Boah der ist doch... Was macht der in Schaden ey, das ist ja krank. Ich teleportier mich auch mal eben schnell weg. Das halte ich nicht länger aus ey. Der macht richtig Schaden ey. Halleluja macht der Schaden. Das ist übel. WT11, ich bin ja gerade mal auf Level 4. Oh ich brauche Gold irgendwann hier. Komm ich bin da. Was ist Level 4? Oh mein Gott ich bin Level 6, hab Ulti schon. Ja ich noch nicht, hätte ich meine Ulti würden wir die locker... Bleib beim Tower, bleib beim Tower, bleib beim Tower. Ja so krieg ich kein EXP, das ist scheiße. Ne kriegst du schon, MP. Lass mal einfach Minions in Paar. Da haste ein Paar. Läuft der Rangler oder so? Der ist rechts rechts, pass auf lass dich nicht fordn, der ist da drin. Da ist der Dicke kommt, pass auf der Dicke kommt, der Dicke kommt. Alter! Alter! Das ist doch wunderbar. Das war echt ein Fault, Alter. Der hat Dicke reingehauen, ey. Das ist übel, Mann. Das gibt's doch nicht! Gib ihm! Das gibt's doch nicht! Ne! Ey, das, das geht nicht, Mann. Das, wie soll das gehen? Nein! Komm schon, den kriegt er jetzt aber. Ne! Oh, was für ein Kack-Noob, ey. Achso, er hat den doch noch bekommen. Hat den? Na gut. Ja. Okay, dann hab ich nichts gesagt. Oh, guck mal, wie er sagt. Simple! Oh! Oh, was, ey, was für ein Kack-Noob. Ich zeige euch den Weg. Habt keine Angst vor dem Unbekannten. Schnell mal, level mal ein bisschen schneller hier jetzt. Schnell mal vorankommen, ey. Ich bin gleich Level 7, ey. Genau jetzt. So, jetzt hab ich meine Ulti. Vorsicht! Was? Ja, macht nix. Komm schon, lass auf den draufgehen. Meinst du? Also, wir sind zu zweit, er ist gerade alleine. Sicher? Nö, sicher bin ich mir da nicht. Du machst ihm irgendwie kaum Schaden, kann das sein? Wird ja der andere... ...fällt hier irgendwo, lol. Klar steht er irgendwo rum. Ich hab ja gepinkt. Er kommt, er kommt, er kommt. Warte, wir warten einfach hier. Ja, wir brauchen keine Hilfe. Doch, wir machen das mal. Pass mal auf. Man sieht doch, wie man kommt. Und die haben unten schon genug zu tun. Pass mal auf. Warte. Lass ihn noch. Kein Verbündeter wurde getötet. Ach, schade, Mann. Kein Gegner wurde getötet. So n Shit. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, unser Tower ist natürlich nicht mehr hier, ne? Erst mal alles glatt machen, weg damit, ey. Oh, fuck. Oh, der hat ja aber ganz schön gezogen. Jetzt musst du aufpassen, ne? Ja, jetzt muss ich weg, ich muss weg. Boah, der hat schon wieder volles Leben. Guck dir den mal an, ey. Ey, wie, wie denn? Fast volles Leben hat der schon wieder. Ja, aber wie kann das sein? Ich komm mal mit runter direkt. Ich weiß nicht, ob wir ein SS haben. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Soll mal drauf achten. Ich glaub noch nicht, oder? Was denn? Haben wir ein SS bei uns? Ey, ja, der eine Typ. Hast du schon geschrieben, SS? Ich hab gepinkt. Ich hab's so. Ich hab's so. Gemacht so. Sind jetzt beide hier irgendwo im Busch, wette ich mit dir. Lass mal den in der Mitte töten, den Typen. Ein Verbündeter wurde getötet. Mir nach. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Naja, ich komm mal hoch. Lock ihn ein bisschen zu dir so. Mach ich ja. Lass die Creeps einfach umhauen. Warte, warte, warte. Lass sie nicht. Warte, jetzt kommt er runter. Er kommt 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 runter zu dir. Ich zeige euch den Weg. Ein Gegner ist... WTL! Der haut dich weg wie nichts, Alter. Der haut dich weg wie nichts, mein Freund. Ja, die schaut ja auch weg, wenn du nah genug da bist. Ja, das weiß ich. Das habe ich vorhin ja schon gemerkt, was er das macht. Kein Bock mehr auf unsere Lane. Lass einfach in die Mitte gehen. Nein, wir machen es anständig. Komm, wir brauchen. Scheiß drauf. Wir machen das jetzt hier einfach irgendwie. Braucht schon einen Kill? Nö. Die Tode habe ich und drei Assists. Schon nicht wichtig, Bräuter, nicht. Er braucht denn sowas, Kids? WTL! Ist aber noch da, ey. Wir müssen jetzt killen, irgendwie. Ja, warte. Ja, wir müssen mein Ding, wenn ich kaufen. Ich teleportiere mich aber direkt wieder hoch. Bleib da einfach, geh hoch. Achso. Ja, okay. Ich teleportiere mich direkt hoch. Ja, komm, müsste jetzt aber gleich bei dir sein. Ich teleportiere mich direkt da wieder hin. Guck da bin ich schon wieder. Zack. Euer Team hat einen Film zur Stimmung. Jeff. Wollen wir drauf gehen? Hm, gleich. Warte, 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 warte. Trifft einen kranken Schaden, ne? Oh, wir müssen mal kurz in die Mitte. Guck mal, wie weit er da schon ist. Hm. Der ist aber auch hier so weit, gleich wenn ich nicht. Wir müssen den Seelen erstmal platt machen. Wir müssen ihn aufhalten. Scheiß auf die Mitte jetzt. Was ist eigentlich mit dem Rengar-Typen? Das Brainer, FK. Der Tower müsste weg, ey. Ja, der müsste... Boah, der macht so... Warum ist das so... Heißt du drauf, dann mach ich mir jetzt ein bisschen Schaden bei ihm. Ich will jetzt mal mein Leben wieder aufleden hier. Boah, hast du gesehen, wie der mich weggehauen hat? LOL. Ich konnte gar nichts mehr machen. Der kommt schon. Der ist fast tot. Hättest du was gesagt, ey, dann wär ich gekommen. Ich hab Sprungwelle gehabt. Wo ist er denn jetzt? Der ist am Tower irgendwo. Soll ich mal mein Leben riskieren? Komm, ich riskiere mal. Wenn du tankst. LOL. Nice. Wir haben ihn. Jawoll. Oh, da teleportiert sich, Alter. Oh, ein Darius. Komm, 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 komm. Ich bin hier umsonst gestorben. Gib ihm. Ab ihn doch. Nice. Puh. Der ist ja richtig scheiße, der Darius. Haha, der war richtig gut. Boah. Auch wenn ich jetzt bestimmt sterbe, der Tower ist durch. Ja, der Tower ist durch. Guck mal, wie viel Schaden ich dem Tower mache. LOL, was, was, was? Ja gut, ich mach keinen normalen Schaden, ne? Ja, ja, aber ich. Da kommt was. Egal. Jetzt lauf. Lauf, was deine Füße hergeben, Alter. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Komm schon. Der kriegt mich echt nicht. Boah, das ist scheiße, ey. Wäre ich Rengar gewesen, hätte ich mich selber bekommen. Ich hab's nicht gesagt, komm. Jawoll! Jetzt hab ich mein erstes gutes Item. Komm auf Bluetooth. Ja, da steht er, da. Wer steht da? Da kommt einer, da kommt einer runter, hier. irgendwo hier war gerade einer oh der uhrgott ist in der mitte egal wir machen die uhrbahn einfach frei wir machen den weg frei ja genau für one night in paris unten oh god wir machen jetzt voll rush durch weiß drauf wenn wir sterben stehen wir halt genau wir machen jetzt einfach hier den schnellen weg du brauchst ja auf ap hol dir gleich südner stunden glas das bringt schön rüstung das bringt was gegen uhrgott naja ich mache jetzt mal voll auf ap hier macht man keine sorgen es wird schon zurück 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 da kommt er unten 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 kommt er oder kommt er da kommt er da kommt er komm hier rein da kommt er da ist er er hat alles reingeworfen komm schon den kriegst du hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hey warum hab ich den lol lol du hast dich noch erwischt wie das egal hauptsache er ist da auch lol ich wurde auch erwischt oben von wem von raider ja bei ss naja ss ist zu viel verlangt weißt du doch mein ulti hat viel zu viel abgeklickt seite ey bist du? ach du bist noch tot aber auch nett sie haben auch ss gesagt ganz toll ne aber schwemm ne immer die richtigen ich wollte mir nicht erstmal rabadons Todesauber holen welche meintest du sollte ich mir holen hühner Stummenglas ach das hier ja gut das kann ich mir auch holen das ist auch nicht schlecht oh das macht vor allem 120 vieligkeit stärker auch dazu dann nehme ich doch lieber das dann krieg ich manchmal die rüstung verein noch dazu und so von mir da kommt gleich was bei dir oben ne ich wollte mich zu dir hin pass auf da oben ist gleich irgendwas hier ja da war Timo naja gut der SMP ich bin auch wieder da ich hab ihn auch fast mit zwei Speils niedergehauen das ist einfach weil ich jetzt ja ich brauch jetzt 1161 wir sollten mal nach da unten da waren ganz viele ja komm mit aber jetzt sind sie weg scheiß drauf lass mal da runter einfach ganz schnell komm wir machen eben die Wölfe hier oder wie machst du einfach die Wölfe klingt doch auch gut ähm ja jetzt ist irgendwer oben bei uns vane vane ist oben kennst du vane? nein ok pass auf christian von hinten der ist level 11 solltest du ja nicht hinkriegen du hast doch mittlerweile richtig damage erwarte dich bei ihm ich warte dich bei ihm ich warte ich lock ihn an warte 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 ding ist schon drauf und feuertauen ich komm mit ich komm mit ich komm mit voll speed Achtung voll speed voll speed voll speed ich komme ich komme 3 2 1 BAM sauber das war gut gemacht ey jetzt kommt der andere wieder pass auf der kommt nur noch vor gleich wieder soll ich den Fettsack von unten guck mal auch in der Mitte ey ja lass mal in der Mitte ja wir können doch mal hier lass mal hier bleiben dann können wir die Leinen freimachen ganz fix scheiß drauf da unten die machen das schon oder gehst du mit runter und ich prüge mich in die Leinen hier oben ne scheißegal mach einfach ja ja ok dann mach du das oben ich beeile mich einfach hier mit ja ja ich komm gleich runter NP ich kümmere mich einfach drum dass wir schnell auch ne Leinen kriegen los ich bin hier bitte auch schon leiii jetzt gehen sie aber ab da wa ja hab ich mir auch grad gedacht oh pass auf den dürftest du alleine schaffen der ist nicht so komm den machen wir eben oh äh lol das komm uns zu dir komm mal entgegen komm mal entgegen nö pass mal auf egal scheiß drauf ich port mich kurz in die Base ne ja ich mach eben das hier du musst oben gleich mal frei machen oben ist fast frei da portet sich mal hin Lauf weg, da fordert sich mal hin. Da, pass auf, oben kommt er, oben kommt er. Er sieht mich aber nicht, weil ich im Jungle bin. Ah, okay. Na dann. So. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Rüstung. Boah, guck dir, jetzt mache ich schon einigermaßen Damage. Ja, ich mache auch gut. Ja, Mensch, jetzt mittlerweile, das geht ganz gut. So, ich müsste eigentlich nach oben wieder, das wieder frei machen. Dann lohnt das wenigstens. Sagen wir, Mitte Aufhalt ist ja gut, dann können wir dann nämlich, äh, bautst du den Himmeltor ja wieder auf. Ja, ach, das dürfte kein Problem sein. Oh, jetzt ist dieser komische Urgott-Typ hier. Da müssen wir da sein. Kümmer mich einmal oben, mache alles wieder frei. Ganz fix. Sollte ja eigentlich möglich sein. Ganz schnell mal hier. Zwischen mal einmal komplett durch hier. Drecks KS-er. Steht er mir den einfach. Ich glaube, es hat. Na, ja, musst du leben, ne? Da muss ich leider mit leben. Ja, muss ich leider mit leben. Ja, schon wieder gesteht. Fick dich, Leute. Egal, ich hab acht Kills. Kommt was hoch? Ich weiß nicht, ist das, glaube ich, alles Tote im Moment. Keine Ahnung. Ne, nur Urgott lebt noch. Der O-P-ste lebt noch. Aber der ist unten. Also du kannst weiter durchbischen. Okay, na dann. Fuh, ich das doch mal. Guck mal auf meine AD jetzt. Keine Ahnung, ich müsste jetzt mal hier gucken. Dass ich nie erwischt werde gleich von dem Tower oder sowas. Mach erst mal Mitte. Hm, mach den Tower jetzt erst mal. Da steht der Pribillis, steht da erst mal schön am Rande, ey. Ich hab fast schon 300 AD, ey. Was ist denn jetzt los hier, lol? Wer hat denn die unterwegs getötet, meine Viecher? Keine Ahnung. Wo sind die denn geblieben die ganze Zeit? Am Arsch. Komm, wir auch mal hoch. Mach mal, da kommt er wieder. Guck mal, er hier wieder. Der Beste überhaupt. Lock ihn mal so ein bisschen an. Hast du? Ja, mach. Den schaffen wir locker. Ne, locker den schaffst du. Mit Treiber. Das ist Pipi-Kraber, der will aber nicht kommen. Ja, kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der runter. Komm runter, der kommt, der kommt runter. Ach man, guck mal, wie ich ihm gebe, ey. Ach, Fioras. Ich bin jetzt los, jetzt machen wir das Ding kaputt. Auf geht's. Das war's mit dem Tower. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ja, das machen wir jetzt auch schnell weiter hier. Kann's fix. Wäre unser Team nicht so noobig, würden wir auch gewinnen, aber. Ja. Jetzt, wir müssen auf die anderen noch warten, da sind nur noch zwei. Ja, ja, das sehe ich. Ah, der ist jetzt auch hin. Oh, Timo. Der kann auch nichts, oder? Oh, da kommt der Dicke, der Dicke, der Dicke kommt, der Dicke kommt. Ge weg, geh, lauf. Lauf auf dein Leben. Warum? Den krieg ich doch platt, ich habe genug AP mittlerweile. Aber der macht auch good damage. Okay, lassen wir das. Ne, ne, lass, lass, lass lieber zurückgehen. Obwohl, ich habe meine Ulti. Kommt, ich habe meine Ulti noch nicht ready, aber es ist egal. Mach deinen Sch... Gib ihn, 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 gib ihn. Da hat er geleached, da ist auf hinten, kommt noch einer. Oh, den kriegste auch noch, komm. Ach, scheiße. Oh, jetzt kommt der Große, oh scheiße, Gott, der Große. Ich habe meinen Ulti nicht, sonst würde ich den weggekriegen. War doch nice, oder? Ah, geil. Wie lange muss ich warten? Ach, hier in die scheiß Zeit hier. Ach, hier in die scheiß Zeit. Ach, da unten. Ach, da war es sich. Oh, wir sind 30 Minuten knapp im Spiel fast. Ja, aber ich würde sagen, dass das Win war, ne? Guck mal, ich stehe 11 zu 6 jetzt. Ich habe jetzt 1. Endlich mal 1 gekriegt, ey. Du weißt ja noch, wie ich am Anfang stand, ne? Ja, ich habe jetzt 1 zu 9, habe ich also 1 gekillt, 9 Assists und 7 Tode. Das geht eigentlich. Ja, aber gut, ich habe die... Wer hat dir denn die Kills gerade die ganze Zeit auch gegeben, ne? Von daher ist mir das Wumpe. Oh, guck mal. Jetzt habe ich ja nicht das Stundenglas, alter. Ja, das geht ab. Was kriegen wir hier? Lauftempo Mana. Ach, scheiße. Unser Inhibitor ist wieder down, weil keiner gedäfft hat. Ah, na toll. Oh, was ist denn hier unten los, alter? Ich mache mal Party Hard hier, ne? Na, das meinte ich. Ey, wo ist er hinten? Wo ist er hin? Hä? Hier kommt gleich wieder. Da ist er! Kriegst du den noch? Weiß ich nicht. Komm schon. Da ist er. Und, wer hat wieder den Kill dir gegeben? Wieder ich! Ja, aber scheiß drauf. Ist egal, es gibt ja meinen Goethe, meinen... Ach, das habe ich gewinnt. Aber wir müssen hier wieder freimachen, ey. Die haben ja alles gepusht hier in der Ecke. Jetzt Hilfe. Wahnsinn. Ich habe jetzt auch gut Rüstung mittlerweile, echt gut. Ich habe zwar übelst wenig Rüstung, aber guck dir mal meinen Schaden an. Ja, den habe ich gesehen gerade, der war hart. Der war hart. So, jetzt bin ich 16. Gucken, was hier keiner im Bus steht, ey. Ich push mal ein bisschen Mitte. Ich übrigens denke, die Folge wird dann wahrscheinlich vielleicht heute Abend noch online gehen. Ich werde die vielleicht nachher mal gucken. Oder morgen. Je nachdem. Wie ich Lust habe. Ja, schick mir doch dann mal bei Facebook. Oder ich werde es wahrscheinlich heute Abend die ganze Zeit rendern lassen, wenn die ganzen anderen Folgen noch gerendert werden. Ich habe nämlich so einen Shutdown-Timer für meinen PC. Dann stelle ich das immer ein und sage so, wir brauchen eine Stunde, drei Stunden bis zum Rendern und in drei Stunden sollst du dich einfach abschalten. Und wenn ich dann, wenn es dann nicht fertig war, Pech gehabt. Sag ich mir dann immer. Oh, das ist nice. Das ist nice. So, der andere Turm haben wir schon down, also habe ich ja noch einen vor mir, ne? Den habe ich auch gleich. Warte mal, ich mache mal was ganz Schlaues. Hier ist nur noch der eine Turm da, ne? Ach, hat er ihn schon. Scheiße, den wollte ich gerade haben. Oder ist der Dicke, ist der da bei mir oben? Willst du herkommen? Äh, ich bin gerade lowlife. Also, gleich, ja. Warte da erst ein bisschen. Aber pass auf, dass er den nicht geht. Ich mache es. Stell mich einfach in den Busch rein. Habe ich Teleport ready? Ja, habe ich Teleport. Ich teleportiere mich einfach gleich wieder hoch. Ich heiße drauf, ich gehe jetzt mal einen runter hier. Ganz schnell. Ich hoffe, er wische mich nicht noch. Ja, wir haben gewonnen. Wieso? Gegner haben aufgegeben. Nein. Doch. Tatsächlich. Warum? Warum haben die aufgegeben? Why? Weiß ich gar nicht.